11. Der Geläufige Das Aufsehen war ungeheuer. Der erste, dem Josef im Schleier im bunten Kleide erschien, war Benjamin. Aber Benjamin war nicht allein, er war bei den Kepsweibern, dort fand ihn der Geschmückte. Er kam zu ihnen ins Zelt und sagte, »Gegrüßt, ich komme nur zufällig. Ihr Weiber ist mein kleiner Bruder da. Siehe, da bist du ja, Ben. Sei vielmals gegrüßt. Ich will lediglich sehen, wie ihr leibt und lebt. Was macht ihr? Hächelt ihr Flachs? Und Totora, hilft euch dabei, so gut er kann? Weiß jemand, wo Eliezer der Alte ist? Totora, das hieß Kleinchen, Josef nannte den Benjamin manchmal mit diesem babylonischen Kosenamen, stieß schon längst gedehnte Wunderrufe aus. Bieler und Silber stimmten ein. Er trug das Gewand rechtlässig etwas gerafft, durch den Gürtelnden seines Hemdrockes gezogen. »Was kräht ihr?« sagt er, »alle drei und macht Augen wie eines Karrens Räder. Ach so, ihr meint meinen Anzug, Mamis Schleierketonett. Nun ja, ich trage sie jetzt zuweilen. Israel hat sie mir kürzlich geschenkt und vermacht, vor wenigen Augenblicken.« »Josef El, süßer Haar, du Sohn der Rechten«, rief Silber, »hatte Jakob den bunten Schleier vermacht, darin er Lea, meine Herrin, zuerst empfing? Wie gerecht und weise gehandelt war das, denn er steht dir zu Gesichte, dass einem das Herz schmilzt und man nicht denken kann, ein anderer könnte ihn tragen.« »Einer der fernen, etwa von Lea, der Jakob ihn erstmals hob, oder mein Gatt oder Ascher, die ich gebar auf Leas Schoß, da bleibt wohl nur ein spöttisch wehmutsvoll lächeln, wenn man sich's ausdenkt.« »Josef, ja, schönster«, rief Bieler, »es geht nichts über deinen Anblick in dieser Gestalt. Man ist versucht, sich aufs Antlitz zu werfen bei deinem Anblick, besonders, wenn man nur eine Magd ist, gleich mir, die ich freilich der Rahel, deiner Mutter, schwesterliche Liebesmagd war und ihr den Dan und den Naftali gebar durch die Kraft Jakobs, deine älteren Brüder. Auch sie werden niederfallen oder doch nah daran sein, wenn sie den Knaben sehen werden, in ihrer Mutter Festkleid. »Geh nur recht schleunig und zeige dich ihnen, den Nichtsahnenden, die nichts an Böses noch Gutes denken und noch nicht wissen, dass der Herr dich erkor. Du solltest auch über Land gehen und dich den Rotäugigen zeigen, Leas Sechsen, dass du vernimmst ihren Jubelruf und an dein Ohr schlage, ihr Hosianna.« Fast unwahrscheinlich zu sagen, aber Josef empfand nicht die dick aufgetragene Bitterkeit und Tücke in den Worten der Frauen. Sein Erfülltsein, seine kindliche und nichtsdestoweniger sträfliche Vertrauensseligkeit machten ihn taub dagegen und unempfänglich für Warnung. Er ließ sich die Süßigkeit ihrer Reden gefallen, überzeugt, dass nichts anderes als Süßes ihm zukomme und ohne dass er sich die geringste Mühe gegeben hätte, in ihr Inneres zu schauen. Das aber eben war das Sträfliche. Gleichgültigkeit gegen das Innenleben der Menschen und Unwissenheit darüber zeitigen, ein völlig schiefes Verhältnis zur Wirklichkeit. Sie erzeugen Verblendung. Seit Adams und Hefers Tagen, seit aus einem Zweie wurden, hat niemand leben können, der sich nicht in seinen Nächsten versetzen wollte und seine wahre Lage erkunden, indem er sie auch mit fremden Augen zu sehen versuchte. Einbildungskraft und Kunst des Erratens in Bezug auf das Gefühlsleben der anderen. Mitgefühl also ist nicht nur löblich, sofern es die Schranken des Ich durchbricht, es ist auch ein unentbehrliches Mittel der Selbsterhaltung. Von diesen Regeln aber wusste Josef nichts. Seine Vertrauensseligkeit war eine Art von Verwöhnung, die ihn trotz unzweideutigster Gegenzeichen beredete, dass alle Menschen ihn mehr liebten, denn sich selber, und dass er also keine Rücksicht auf sie zu nehmen brauche. Wer um seiner schönen Augen willen einen solchen Leichtsinn verzeihlich fände, würde große Schwäche beweisen. Etwas anderes war es mit Benjamin. Hier war Sorglosigkeit ausnahmsweise am Platze. Wenn er ausrief, Jehozif, himmlischer Bruder, es ist nicht wie im Wachen, sondern als wie im Traum, und der Herr hat dir umgeworfen ein herrlich Gewand, da rein alle Art Lichter verwoben sind, und hat dir einen Mantel angezogen, voll Stolz und Ruhm. Ach, der Kleine hier, der ich bin, ist hingerissen. Geh noch nicht zu den Söhnen Bilas und Lassilpers Söhne, noch etwas in Unwissenheit. Bleibe hier beim Brüderchen rechte Hand, dass ich dich länger bewundern und mich satt an dir sehen kann. So mochte Josef das freilich für bare Münze nehmen. Es war nichts anderes, und doch wäre sogar aus seinen lauteren Worten Warnung für Josef zu schöpfen gewesen. Wir müssten uns sehr irren, wenn nicht kluge Ängstlichkeit vor der Begegnung des Schönen mit den Brüdern daraus gesprochen hätte. Und der Wunsch, diese Begegnung wenigstens noch etwas zu verzögern. Übrigens besaß Josef, wenn nicht so viel Einsicht, so doch immerhin so viel Instinkt, den Kindern der Mägde nicht sofort zu erscheinen, sie in dem Kleide nicht geradezu aufzusuchen. Einige Niedrigstehende ausgenommen, die seiner im Umhergehen ansichtig wurden und es an Lobhudeleien, Kusshänden und Benedaiung nicht fehlen ließen, bekam diesen Tag nur noch der alte Eliezer ihn zu sehen. Der in ein längeres Nicken verfiel, das sowohl Beifall wie auch nur allgemeine Schicksalsbetrachtsamkeit zu bedeuten haben konnte und dann sogleich mit göttlich Nichtsagendstermine sich in sogenannten Erinnerungen zu ergehen begann, die das Schleiergewand in ihm hervorrief. Wie nämlich er, Eliezer, einst Rebekka, aus Harans Unterwelt als Brautwerber heraufgeführt und sie bei ihrer Ankunft im Oberen und bei der Annäherung ihres zukünftigen Gatten den Schleier genommen und sich verhüllt habe. Ein großes, mein Kind, sagt er, mit so unbewegtem Gesicht, dass es aussah, als könne man es abnehmen und es wäre vielleicht ein anderes darunter. Hat Israel dir geschenkt, denn im Schleier ist Leben und Tod, aber der Tod ist im Leben und das Leben im Tode. Wer es weiß, ist eingeweiht. Es musste die schwesterliche Muttergattin sich entschleiern und entblößen, am siebenten Höllentor und im Tode. Da sie aber zurückkehrte ins Licht, verschleierte sie sich wieder zum Zeichen des Lebens. Siehe das Saatkorn an, sinkt es zur Erde, so stirbt es, auf dass es zur Ernte erstehe. Denn der Ehre ist schon die Sichel nahe, die im Schwarzmonde wächst als junges Leben, da sie doch der Tod ist und den Vater entmannt, nämlich zu neuer Herrschaft der Welt, und Saatfrucht rollt des Todes und Lebens aus der Sichelernte. So ist im Schleier das Leben nach der Entblößung im Tode, und also bald schon ist darin Erkennen und Tod, da doch wiederum im Erkennen die Zeugung ist und das Leben. Großes verlieh dir der Vater Licht und Leben, da er dich verschleierte mit dem Schleier, den die Mutter lassen musste im Tode. Darum hüte ihn, Kind, dass ihn dir niemand entreiße und nicht der Tod dich erkenne. Danke, Eliezer, antwortete Josef, vielen, vielen Dank, weiser Großknecht, der mit Abram die Könige schlug und dem die Erde entgegensprang. Eindrucksvoll redest du alles durcheinander, von Schleier, Sichel und Saatkorn, und zwar mit Recht. Denn die Dinge hängen zusammen und sind eins in Gott, vor uns aber sind sie gestickt auf den Schleier der Vielfalt. Was diesen Knaben betrifft, so zieht er nun aus sein Kleid und deckt sich damit zu auf seiner Ruhebank, dass er darunter schlummere, gleich wie die Erde, unter dem Weltenschleier der Sterne. Also tat er, und so fanden ihn unter dem Schleier schlafend, die Kinder der Mägde, schon unterrichtet von ihren Müttern, als sie ins Zelt kamen, dass er mit ihnen teilte. Zu viert standen sie an seinem Bette. Dann Naftali, Gad und Asher, und einer, es war der genäschige Asher, der jüngste von diesen, knapp zweiundzwanzig. Zu viert standen sie an seinem Bette. Dann Naftali, Gad und Asher, und einer, es war der genäschige Asher, der jüngste von diesen, knapp zweiundzwanzig, hielt eine Handlampe über ihn und leuchtete ihnen damit in sein schlafendes Gesicht, sowie auch über das bunte Kleid hin, womit er bedeckt war. Da habt und da seht ihr's. Es ist nicht anders, und nicht ein Wort haben die Weiber zu viel gesagt, da sie uns anzeigten, der Laffe sei ihnen erschienen in seiner Mutter Ketonit Passim. Da hat er sich's ausgebreitet und schläft den Schlaf der Gerechten, mit scheinheiliger Miene. Kann man noch zweifeln? Der Vater hat's ihm geschenkt. Der arme Mann, er hat's ihm abgelistet mit Honigreden. Pfui darüber! Wir ärgern uns alle gleichmäßig, ob des Gräuels, und Asher nimmt unseren Ärger in seinen Mund und speit ihn aus über das Schlafen der Ärgernis, dass es zumindest böse Träume habe. Er liebte es sehr, dieser Asher, mit anderen einer Meinung und eines Gefühles zu sein, und solcher Einigkeit durch das Wort, das der allgemeinen Gesinnung gerecht wurde, rechtinnig zu verfestigen, dass man sich warm durch dasselbe zusammengebündelt fand, und gemeinsam Zufriedenheit dampfte, noch in der Wut. Das hing mit seiner Leckermäuligkeit, seinen feuchten Augen und Lippen zusammen. Er sagte noch, »Aus den Lebenden habe ich Stücke geschnitten, den Widern und Schafen, und sie gegessen. Ich, das hat er dem armen Vater erzählt, dem Frommen, dem Leichtgläubigen, und dafür hat Jakob ihm die Kettenet vermacht, als lügen sollt. Aber so ist es. Von jedem unter uns hat er den Alten so etwas auf den Rücken gebunden, und ist der Schleier, und darunter erliegt das Entgelt seiner Falschheit und der bösen Läumde, die er uns gemacht hat. Treten wir nahe zusammen, Brüder, umschlingen wir uns in unserer Gekränktheit, und lasst mich das Schimpfwort über ihm aussprechen, das uns allen Erleichterung verschafft. Du Hündchen!« Er hatte sagen wollen, »Du Hund!«, war aber im letzten Augenblick um Jakobs Willen davor erschrocken und hatte dem Worte rasch noch die verkleinernde Silbe angehängt. »Wahrhaftig«, sagte dann, der schon siebenundzwanzig war, so alt wie Leas Schimion, und spitzbärtig ohne Schnurrbart. Er trug ein eng anliegendes gesticktes Hemd, und seine stechenden Augen lagen an der Wurzel und der Krummnase nah beisammen. »Wahrhaftig! Ich werde wohl Schlange und Otter genannt, weil ich für etwas tückisch gelte, aber was ist das, was hier liegt und schläft? Das ist ein Ungeheuer. Es stellt sich an, als wäre es ein lieblicher Knabe, aber in Wirklichkeit ist es ein Drache. Verwünscht sei seine Truggestalt, die die Leute gaffen und liebäugeln macht, und den Vater verzaubert. Ich wollte, ich wüsste den Spruch, der ihn zwänge und seine wahre Fratze zu zeigen. Der stämmige Gadiel, ein Jahr älter als Ascher, zeigte eine Miene voll rauer Ehrlichkeit. Er trug eine kegelförmige Mütze und war wehrhaft anzusehen in seinem kurzen, mit schuppigem Wehrgeheng gegürteten Rock, auf den er Brustschilder genäht hatte und aus dessen kurzen Ärmeln seine roten und nervigen Arme mit ebenfalls nervigen und gedrungenen Händen hervorkamen. Er sagte, »Ich rate dir, Ascher, gib Acht auf deine Lampe, dass nicht zufällig daraus ein Tropfen siedend Öl auf ihn falle und der Schmerz ihn erwecke. Denn wenn er aufwacht, so ohrfeige ich ihn in meiner Gerater. Das ist ausgemacht. Einen schlafenden ohrfeigt man nicht. Ich weiß nicht, wo es geschrieben steht, aber es lässt sich nicht tun. Wacht er dagegen auf, so hat er den Augenblick meiner Hand in der Fresse, dass ihm der Backen schwillt, als hätte er einen Mehlkloß im Maul. Auf neun Tage von morgen gerechnet, so war ich Gattheiße. Denn mir ist wütend und übel zu sind bei seinem Anblick und bei des Kleides Anblick. Darunter er schläft und um das Erfrecht den Vater betrogen. Ich bin kein Feigling, aber ich weiß nicht, was mir in der Herzgrube rumort und was mich mahnt aus meinen Eingeweiden. Hier stehen wir, Brüder, und dort liegt der Bube, der Gag, der Zierbengel, der Gelbschnabel, der Grünling, der Augenverdreher und hat das Kleid. Sollen wir uns etwa beugen vor ihm? Ich werde das Wort nicht los, das da Beugen lautet. Als flüsterte irgendein verfluchtes Gezücht es mir hartnäckig ins Ohr. Daher das Jücken in meiner Hand, das sich in Ohr feigte, das wäre das Rechte, und der Gräuel unter meinem Magen käme zur Ruhe. Der gerade Gat sprach viel Tieferes aus, als Ascher, bei all seinem Bedürfnis nach Gesinnungsverdichtung und Bündelung durch das Wort, zu berühren angestrebt hatte, da es diesen nur darum zu tun war, durch den billigen Ausdruck des einfachsten und bewusstseinsfähigsten sich Liebe zu erwerben und warme Einigkeit zu erzeugen. Gat bemühte sich härter, er rang nach Andeutung dessen, was sie alle unterhalb simplen Ärgers und Neides ängstigte und quälte, nach Namen für dunkle Erinnerungen, Beklemmungen, Bedrohungen, für einen Beziehungsspuk, worin die Begriffe Erstgeburt, Täuschung, Vertauschung, Weltherrschaft, Bruderdienstbarkeit, ihr Wesen trieben und der, nicht recht erkennbar, als Vergangenheit oder Zukunft, als Mär oder Verkündigung, eben das Wort Beugen, es werden sich beugend vor dir, widerwärtig aus sich erzeugte. Die anderen fühlten sich von Gats Worten dennoch stark und unheimlich angesprochen. Besonders dem langen, im Nacken etwas gebeugten Naphtali, der schon längst von einem Fuß auf den anderen trat, fuhren sie vollends in die Glieder, und verstärkten aufs Äußerste in ihm den Trieb zum Anspringen und Laufen. Sein Boteninstinkt, sein Milde und Kommunikationsbedürfnis hatte sich von Anfang an stürmisch geregt und zerrte ihm in den Waden, dass er zappelte. Der Raum und seine trennende Natur beherrschte Naphtalis Vorstellung. Er betrachtete ihn als seinen vertrautesten Feind und die eigene Person als das berufene Mittel zu seiner Überwindung, nämlich zur Aufhebung der durch ihn bewirkten Unterschiede im Wissen der Menschen. Wenn an einem Orte etwas geschah, verband er ihn in seinen Gedanken zugleich mit einem Entfernten, wo man noch nichts davon wusste. Ein Zustand unleidlich ahnungslosen dahinvegetierens in seinen Augen, den es ihn durch das Ausgreifen seiner Beine und die Geläufigkeit seiner Zunge richtig zu stellen drängte, um womöglich von dort eine hierorts schimpflicherweise noch unbekannte Nachricht zurückzubringen und so das Wissen der Menschen auszugleichen. In diesem Falle nun war es der Ort der fernen Brüder, zu dem seine Gedanken, die seinen zuerst, das Gegenwärtige eilig in Beziehung gesetzt hatten. Sie wussten noch nichts, dank unausstehlicher Raumeswirkung und mussten es doch schleunig wissen. In seiner Seele lief Naphtali schon. »Wert hört, ihr Brüder, ihr Kinder, ihr Freunde«, plapperte er mit leiser, hastiger Stimme, »wir stehen und schauen an, das Geschehene, denn wir sind zur Stelle, aber zu dieser selbigen Stunde sitzen zu Shechem im Tale die Rotäugigen ums Feuer und sprechen von diesem und jenem, nur nicht davon, dass Jakob dem Josef das Haupt erhöht hat zu ihrer Schande, denn sie vermuten es nicht, und so laut auch die Schande schreibt ihre und unsere, sie hören es nicht, geht es aber an, dass wir uns genügen lassen am Vorteil und sprechen, sie sind fern, also töricht, denn ferne ist töricht und dabei bleibt es. Nein, sondern ansagen muss man's ihnen, dass es dort sei wie hier und sie nicht leben, als wäre es nicht. Schickt mich, schickt mich, ich will übers Land fahren zu ihnen und ihnen Kunde geben, in dass ich ihre Dunkelheit erhelle und sie laut aufschreien mache, euch aber melde ich rückkehrend, wie sie geschrien.« Man pflichtete ihm bei. Die Rotäugigen mussten's erfahren. Fast näher noch ging es sie an, als die Viere. Naftali ward mit dem Wege betraut. Dem Vater aber würde man sagen, ein eiliger Handel habe den Geläufigen über Land gerufen. Er schlief kaum vor Ungeduld und rüstete den Esel vor Tagesgrauen. Als Josef erwachte unter dem Weltenkleide, war er schon weit davon und den Fernen näherte sich das Wissen. Neun Tage später waren sie da, mit dem Boten zusammen, genau auf den Vollmondstag. Ruben, Shimeon, Levi, Judah, Issachar und Sebulon und blickten um sich in finsterem Suchen. Shimeon und Levi, genannt, die Zwillinge, gleich sie ein Jahr auseinander waren, hatten, wie Naftali versicherte, bei der Nachricht gebrüllt, wie Stiere. Rolte. Nerd